Willkommen zum nächsten Part von Digimon World. Mit mir, Sonic Shadow Fusion. Ja, wo waren wir? Ach ja, wir waren... ...gerade an der Stelle, wo wir die Leomon-Dings da, wo wir das Ding von Leomon gefunden haben. Wir haben's einfach mal eingesteckt. Wow! Hä? Ja, ja, unglaublich. Das hättet ihr auch vorhin sagen können. Naja, ich glaub, hier werd ich noch irgendwen treffen. Irgendwen Wichtiges. Zumindest für später Wichtiges. Aber das werd ich jetzt noch nicht spoilern. Ich werd es sowieso sehen. Ihr werdet alles sehen! Naja, jetzt muss ich erstmal zurück und ab in die Zahnradsteppe. Und meinem Digimon gefällt's hier unten anscheinend nicht. Und plötzlich gefällt es ihm saugut. Und ich beschleunige die Geschichte einfach mal. Und jetzt... ...ist wieder alles, wie es war eigentlich. Nur, dass ich jetzt eine neue Attacke habe, die ich auch drauf tun werde. Electric Cloud weicht für Magma-Bombe. Dass er so ewig lang gebraucht hat, um die zu erlernen, fragt... Warum, fragt... Ich frag mich echt, warum er so lang gebraucht hat, die zu erlernen. Das ist... ...komisch. Oh, mach mich im Digimon mal schon drin. Frisst das. Gutes Tier. So. Tag 22, naja. Hm. Ne, warte mal. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob Piximon da ist. Denn dann hole ich auch den Hellengeist. Von dem Angemon die ganze Zeit redet, also. Ich wusste ehrlich gesagt nicht. Nein, es ist nicht da. Das soll mir auch scheißegal sein. Ich hole den Geist auch nicht. Ich hole Leomon. Leomon ist mir immer noch sicherer als... ...Bugmon. Okay. Habe ich genug Autopiloten? Ja, ich hab noch einen. Oh, erstmal einen Chip auf die Bank. Okay. Visit this shop when needed. But I don't need it yet. Okay. Me, 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 me. Ah, ey. Okay, dann gehe ich lieber durch den Drilltunnel. Das kann mich komischerweise nicht hinbringen. Dann gehe ich lieber durch den Drilltunnel. Ist mir sicherer. Na ja, es ist vielleicht besser, dass ich noch kein Andromon gekriegt habe. So, jetzt von dem Drilltunnel nichts mehr. Jetzt kann ich ja durch. Start it boiling? Hä? Egal. Exakt dieselbe Attacke benutzt, nur meine hat mehr Schaden gemacht. Nein! Tamagotchi-Effekt, wie Shadow Soul es nannte. Treffer. Auch Treffer. Auch Treffer. Und Volltreffer. Na ja, ich finde, wir können stolz auf uns sein. Wir haben die Banditen platt gemacht. Wir holen jetzt, äh... Drüben gibt's ne Toilette. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir's noch. Okay, hier muss ich auf tätige Mann auffassen. Nein! Er sagte, I don't smell. Ich stinke nicht. We'll see. Ein Windcutter, der ist tot. Genau. Wir sind in Eile. Ja, gut gemacht. Er hat das Fleisch gedroppt. So. Bin ich gut, oder was? Hier haben wir Biomon getroffen, aber wegen Biomon bin ich nicht hier. Oh, what the fuck? Bin ich mal wieder... Oh, falsch abgebogen. Oh. Hab ich das andere Vieh, also doch auch noch am Hals. Schön, dass ihr mit den Hufen scharren könnt. Ich persönlich find Pferde nicht so doll. Ich hab nur Entfernungsattacken drauf. Boom. So. So. Satz mit X, das war wohl nix. Ah, hier wollte ich doch hin. Er sucht etwas aus seinen Ahnen gehört. Tja, ich glaube, ich hab's hier. Ich muss nach etwas suchen. Entschuldige mich, aber ich muss... Ist es das? Ja, das ist es. Das ist, was meine Vorfahren geschrieben haben. Lass mich mal sehen. Wenn die Gefahr auf die Insel kommt, geh in die Stadt. Lol. Meine Vorfahren sagen, was ich tun soll. Wirst du uns helfen? Du kannst auf mich zählen. Leomund joins the city. Dann wird mein Job hier hinten auch schon wieder erledigt. Hier gibt's nix mehr. Tja. Tja. Nun gut. Jetzt kommt, glaube ich, etwas ganz schön Schicksal auf das. Ich hab auf dich gewartet. Endlich ist der Tag gekommen. Was ist passiert? Der Eingang zum Berg der Unendlichkeit ist aufgetaucht. Was? Wirklich? Wo? Es ist hinter den Wasserfällen der Stadt. Wow, das ist nah. So wie ich das sehe, ist unser letzter Feind auf dem Berg der Unendlichkeit. Also, es ist der letzte Kerker. Ich mach's. Viel Glück. Aber sei nicht hastig. Mach dich nicht auf den Blick, bevor du nicht, äh, komplett vorbereitet bist. Ist klar. Und jetzt erwartet uns eine kleine, aber feine Überraschung. Erdramon. Okay, ich hab dich erfunden. Wow. Mein Ziel ist es, dich zu besiegen. Diese Augen. Er muss einer Gehirnwäsche unterliegen. Das wird wahrscheinlich ein Doppelpart. Denn Erdramon ist nicht gerade schwach. Wow, warum gerade die Attacke? Wow, getroffen. Gut gemacht. Hä, abgewehrt. Nächster. Okay, so stark ist es doch nicht. Aber die Attacke war stark. Komm schon, ich will's noch in einem Part schaffen. Einmal noch Spinningshot treffen. Die Attacke hat mich natürlich verwirrt. Ich sag mal, Digimon gar nichts mehr. Zumindest nicht jetzt. Ah. So, Part wird geschnitten. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.